Yo, 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 meine Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu Cengiz44TV. Meine Freunde, und zwar es geht um die Ansage an Bösemann. Wie ihr vom Titel schon erahnen könnt, weil man den Titel schon lesen kann, der Bösemann und ich, wir haben telefoniert, gestern, vorgestern, irgendwann haben wir telefoniert. Ein gemeinsamer Freund von uns hat mich kontaktiert und hat mich darum gebeten, ob wir nicht mal reden könnten, weil es da wohl Missverständnisse gibt. Ich habe gesagt, klar, ist überhaupt kein Problem. Ich kann es ihm gerne meine Nummer geben, kann er mich anrufen. Gesagt, getan. Der Bösemann hat sich dann auch gemeldet bei mir. Ich möchte erst mal vorweg sagen, das Gespräch liegt sehr korrekt und respektvoll. Bösemann hat sich, war in Anbetracht dessen, was ich gemacht habe, war ja sehr höflich. Da muss ich auch nochmal auf jeden Fall einen Lob aussprechen. Wären, glaube ich, nicht viele so cool geblieben direkt so an dieser Stelle. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben miteinander geredet, er meinte zu mir, hör mal, was hast du für ein Problem mit mir, warum machst du so ein Video? Ich habe ihm meine Probleme genannt, die ich mit ihm habe und warum ich das gemacht habe. Er war ein bisschen verwundert darüber, weil er gesagt hat, dass gewisse Sachen so nicht stimmen. Und dann war ich verwundert darüber, dass diese Sachen nicht stimmen sollen. Dann haben wir halt darüber gesprochen, uns ausgesprochen. Was im Detail jetzt genau gesprochen wurde, das ist eine Sache, die gehört nicht ins Internet. Das bleibt unter uns, weil der Auslöser für diese ganze Sache hat nichts mit Internet oder sowas zu tun. Das war, ich sage mal, die Sachen sind im Internet stattgefunden, aber gingen so ins Private rein. Und deswegen habe ich überhaupt erst so ein Video gemacht. Hat sich hinterher allerdings so herausgestellt, dass das nicht so ist. Da haben Leute im Hintergrund versucht, ein bisschen Unruhe zu stiften. Aber weil wir halt miteinander gesprochen haben und weil wir uns ausgesprochen haben, konnten wir dem Ganzen so auf die Spur kommen, dass das halt Schwachsinn ist, dass da nichts dran ist. Da hätte ich vielleicht auch den Schuh ziehe ich mir auch an. Da hätte ich vielleicht direkt erstmal selber mit ihm reden sollen, bevor ich so ein Video mache. Aber ich war da halt ein bisschen emotionsgeladen und habe dann so ein Ding rausgehauen. Und Lösemann und ich sind keine Freunde. Vielleicht werden wir mal Freunde, wer weiß. Aber wir haben auf jeden Fall gemeinsame Freunde. Das Ding hat sich jetzt geklärt. Es war ein Missverständnis. Die Sachen, so wie sie mir vorlagen, stimmen einfach nicht überein. Deswegen kann ich, was das betrifft, dem Bösemann nicht böse sein. Wortwitz an dieser Stelle. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Sache geklärt. Es lagen falsche Fakten vor. Und gegen den Bösemann wird da nichts mehr kommen. Und mein Vorwurf von wegen... Ach, das geht schon wieder zu tief rein in das Thema. Wie gesagt, wir wollen nicht genau drüber reden, was da passiert ist und was da nicht passiert ist. Fakt ist auf jeden Fall, Bösemann ist ein stabiler Dude. Die Sache ist aus der Welt geschafft. Wir haben drüber geredet. Klappe zu, Affe tot. Mehr gibt es von meiner Seite aus an dieser Stelle dazu nicht zu sagen. Und ja, ich werde auf jeden Fall erstmal kein Video mehr gegen den Böse machen. Die Sachen haben sich halt, wie gesagt, als falsch herausgestellt. Deswegen habe ich das nicht mehr nötig. Viele dachten ja, das wäre irgendwie wegen Sinan oder Ruse oder sonst wie was. Aber die machen ihre Sache, was da ist mit dem. Und ich mache meine Sache. Keiner braucht hier direkt irgendwie den Leuten eine Verschwörung unterstellen oder so. Nur weil man sich mal in ein, zwei Themen einig ist oder halt auch nicht einig ist. Nicht jeder, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Der trifft halt nicht immer zu. Wie gesagt, zu der Thematik habe ich meinen Senf abgegeben. Nichtsdestotrotz kann ich die Jungs halt trotzdem leiden. Auch wenn viele das nicht können. Viele können es, viele können es nicht. Wie auch immer, wenn ich auf jeden Fall nicht leiden kann, geht nach wie vor fest. Der Schlumpf aus Rheinhausen und die Zahnfee, die zahnlose Zahnfee aus dem Schwabenland. Und um die wird sich halt auch weiter gekümmert. Auf jeden Fall. Der Kollege hat ja letztens wohl wieder in einem Livestream gegen mich ordentlich ausgeteilt. Das mach mal, mach mal ruhig weiter. Mach mal ruhig weiter. Wir können nicht nur Anzeigen festen. Wir können dann zur Not auch bei solchen Sachen über privatrechtliche Schritte, können wir da auch vorgehen, wenn da Verleumdungen am Start sind. Die Sachen, die ich gesagt habe, die entsprechende Wahrheit. Und ich finde es auch so genial, dass in den Kommentaren es dann heißt, wie kannst du gegen Familie gehen, wie kannst du da gegen gehen, wie kannst du hier gegen gehen. Es war der Schlumpf aus Rheinhausen, der Familie mit reingezogen hat. Das war der Schlumpf aus Rheinhausen, der falsche Pädophil vorgelegt hat gegen mich. Das war der Schlumpf aus Rheinhausen, der die Frauen und Familie mit reingezogen hat. Das war der Schlumpf aus Rheinhausen, der eine arme Mutter da die Adresse gelegt hat und die auf irgendwelchen Fascho-Seiten in der Türkei verbreitet hat, die Adresse. Und mit der Angabe, da würden irgendwie PKK-Unterstützer wohnen. Also, das sind alles Sachen, die der Schlumpf aus Rheinhausen gemacht hat. Deswegen soll mir keiner kommen mit, man geht nicht auf Familie. Ich gehe bei dem Typen auf alles. Ich gehe bei dem Typen auf alles. Ich buddel seine Toten aus und scheiß drauf. Deswegen. Da gibt es keine Regeln mehr. Regeln. Ja, da gibt es einfach keine Regeln mehr. In diesem Sinne, meine Freunde, schöne Grüße an Bösemann. Man sieht sich bestimmt irgendwann demnächst auf irgendeiner Veranstaltung. Und ich freue mich drauf. Haut rein. Community, haut rein. Lasst euch nicht blenden von den ganzen Blendowies. Was soll ich sagen? Ich denke, es ist zurück. Ciao. Ich denke, es ist zurück. Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!